ich habe keine ahnung mehr klima laden reise bedarf schmiedekunst ich bin ja ich bin der meinung das gasthaus ist irgendwo hier lang vielleicht habe ich ein level so gesaved hallo danke stufe 10 vielleicht kann ich jetzt echt viel irgendwas töten das ist dann es ist einfach so war wenn du alleine rumlaufen muss ich habe die tante quest fertig ok let's see ob ich jetzt irgendwas außerhalb dieser stadt verhalten kann vielleicht kriege ich ja den level fünfer tot hey guck mal der mensch unfassbar ich habe einen buff getötet und der buff hat nicht mich getötet die techniken ist auch war sie damit muss ich bis zum dritten warten okay okay starting to get the idea how the shit works next one just you wait okay time to take you down thanks hi ach ist das ein fun am anfang ich sag ja die sich dieser dämliche scheiß am anfang geht glaube ich jedem auf den sack literally der ist halt einfach da und nervt wird überhaupt gar keine daseinsberechtigung alles an was ich mich erinnere ist muss einfach immer ewigkeit um den rumlaufen was ist das da unten was ist das was ist mit dir wie läuft's hallöpchen pürchen zweischmecker sowas echt anstrengend nie gehört von zwölf geschwisterpond nein das große saftladen ganz agentum total berühmt für lecker schmecker funkelsaft da war es jüngster der zwölf wurde da die gemeinsamen saftladen betreiben aber momentan alle schwesterpond unterwegs nach zutnant für neuen lecker saft zu suchen kann man hat schon lecker zutaten gefunden düsenschlange geht also bald wieder zurück nach agentum saft mit düsenschlange drin wird bestimmt ultra lecker und ultra cool okay falls freundlich schwesterpond sehen ruhig mal hallöpchen püchen sagen ah interessant komm 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 und jetzt häng ich hier fest cool weil da komm ich nicht wieder hoch oder nope ich glaube wir teleporten ich kann die neuner nicht falten oder ich will zuerst mal die blöde ob ich wirst machen was hier sind die stufe drei und sieben ne wenn ich weiß warum ich mich daran erinnere dass ich am anfang dieses startgebiet gegrindet habe wie bescheuert was hier äh ich muss runter das hat auch echt nur ein wunder dass die 41er mich nicht einfach auffressen ich muss das ja unbedingt herauf beschwören oder warum hier oh oh it's fine we'll get them yet this is so much fun hmm definitely im der Rush down! Anchor shot! Ha! Gah! You're spinning, eh? Finish this! Gotcha! Hm? Hm? Ha! Hm? Okay, here we go! Oh no, we don't! Much obliged! Anchor shot! Ha! Rex, maybe you should slow down. It's getting tough! It's getting tough! How's about this? Grand smash! Whoa there! Why not? Thanks for that! Huh? 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 My thoughts are separate! Grand smash! Why not? What? Shouldn't you heal or something? Nah, I can keep going! Nice! So we got this shit! Ich würde jetzt nicht da oben durchlaufen und einfach sinnlos sterben. Grandia HD Collection. Der Style ist eigentlich gut gealtert. Ich habe Grandia nie gespielt. Von daher, I don't know. Ich weiß nicht, ich habe Grandia 1 angefangen vor Jahrtausende Mal, aber ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, das gespielt zu haben. So? Shall we? Wo ist der Typ? Hier ist er. Mh 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 mh. Hey, wir haben alles für Poppy. Geh zurück zur Torwart, hast du raus und stellst Poppil fertig. Wir können do that. Weil der Unterschied zwischen hey, ich laufe alleine rum und hey, wir haben zwei Personen, die auf irgendwas einschlagen, ist massive. Das ist basically ein Increase von, achja, 100%. Besonders weil Poppies oder so das absolute Powerhouse ist. Breath of Fire 4 Star, sagt mir halt auch überhaupt nichts. Ich weiß, dass es Breath of Fire macht. Still did not play any Breath of Fire game. Tora, our friend's execution draws near. There's no time to lose. Make haste. Ich weiß, ich weiß. Okay, Artificial Blade. Es ist Wakey-Wakey-Time. Das will do, Tora. W-What Tora do wrong? Du kannst du nicht aufhören. Artificial Blade. Als sie Creator, das alles du kannst ist, ist... ...giv er eine propere Name. Oh, um, well... Actually, friends, Tora did think of Name für sie. Sehr gut Name. Nice. Then I guess there's no problem. Well, why don't you introduce us, Tora? Right away! Now, wakey-wakey! Tora's very own Blade! Oh, Poppie! Can I be observing, Master? Ohh! Oh-oh-oh! Wait a minute! Oh! Forget you see that! Tora must change the system! Settings! Ahem. The settings? Ahem. This time should be okay. Second time go best. Power on! Greetings, Master Pawn. I...I did it! Tora's masterpiece! World's first artificial blade, Poppy! Whoa! Incredible! That is really quite something. Tora did good, huh? You're impressed? Tora is a very big success? Absolutely. You're amazing, Tora. Though I was pretty surprised before, when she was all...you know. Forget about it! That's not Tora's fault! That was, um... Grampypon! Grampypon Susie made settings. Yes, definitely Grampypon's fault. Are you sure, Tora? Yes! Grampypon! Yes! Grampypon! Tora is just the best. Well, let's not dwell on that. Rex, let's go rescue Nina and Dromark. Rex, let's go rescue Nina and Dromark. No time to lose! Well, well... Anyway, my name is Poppy. Poppy, try hard to make Masterpawn proud. Oh yeah! I think she is the best. Just because she carries favor with the Emperor. If only I got the Aegis myself, I could have returned home in triumph. Or Soldier, Tabana for a tiny sum. But it's not over. I refuse to let this place be the end of me. Poppy should not be left to rot in this flea bitten backwater. Captain Potraig! Uh... Yes, sir? Double the number of guardsmen. Round up whoever you can find. We're going to find that Aegis before Morag gets her paws on her! Sir! As you wish, sir. Watch and learn, Moragladeh! Ha! I have to think about the 2D RPGs I really played. I think the only thing I really played was... Oh Gott, wie is that? Krone Trigger? Krone Trigger? Ja, Krone Trigger is so ziemlich das einzige was ich je gespielt habe. Aber sonst? Eher gar nichts. Yay! Super moderner Spielautomat! Spiel ist Tiger Tiger. Unverwüstlicher Klassiker den Opa von gebaut hat, als Tora nach Ubicon war. Es fließt wieder Strom, also kann Automaten wieder gespielt werden. Rexx muss unbedingt mal ausprobieren. Kann ich zocken, während Nia in Gefahr ist? Natürlich kann so. Bitte warten! Im Spiel kann Spieler Preise gewinnen, oberpraktische Teile um Poppy stärker zu machen. Teile für Poppy sind in Automaten? Yes! Opa von muss geahnt haben, dass ein Großartag kommen würde und hat deshalb im Spieler Automaten eingelagert. Hell yeah! Richtungsnöpfe zum bewegen, A Knopf für Piff Buff. Zeit für Tiger Tiger. Ich hab keine Ahnung wer wie du spielst. Oh ja, richtig, es war das Ding, okay. Oh, das war so schlimm. Ähm, Jod, ich hab keine Ahnung mehr wie das funktioniert. Nee, let me play again. Ja, nicht der größte Zocker, du kannst mich auch mal. Weiße. Oh, sorry, du hast das Spiel nicht, aber first try, duh. Fucking arcade machine, Jod. Die sind da, um dein Geld zu fressen und nicht irgendwie irgendwas anderes. God fucking dammit. Tora ist es gelungen an den künstlichen Kinder zu schaffen. Poppy, sie kann keine Hilfskerne an, also so, sondern wird per Popification stärker. Weder zu Charakter, jaja, es ist dasselbe in Grün, aber du brauchst Tiger Tiger Sachen dafür. Okay. Okay. How the fuck did you play this again? Over there to play this again. Okay. So, hey, creo. Anyway, we have this game 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 game, but you can recommend, right? How the jeder kann pois auch nicht zuradım? Okay, okay. So, wenn du hast antenление, das kannst du eher sch...! So, w��니다. Konntest du die nicht auch so einsammeln? Ne, kannst du anscheinend nicht, supi. Geht echt nicht, ne? Oh cool, ich hab keine Tag mehr, jetzt muss ich alles dodgen. Oh boah, really? God fucking damn it, dude. This is so fucking hard. Und natürlich schmeißt der dich jedes mal raus, really? No, 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 dude, ich lass mich nicht von dem scheiß Arcade Game besiegen. Nicht in meiner Welt, ihr Lieben, nicht in meiner Welt. Ich hab nach unten gedrückt, Spiel. Ich hab so nach unten gedrückt. Holy shit, dude. Please don't fuck up my Inputs. Ich blame einfach die shitty Controls vom fucking Pro Controller. Weil das D-Pad vom Pro Controller ist einfach vollkommen für den Arsch. Ja, klar. Was hat mich getroffen? Der Heilige Geist oder was? Ja, richtig. Thora ist fetter Arsch, ey. Dude, ich hab nicht mal nach oben gedrückt, aber okay. Cool. Ja, klar. Okay. Und das ist eher Stage 1, weißt du? Dude. I'm going fucking ballistic. Dieses Spiel erinnert mich einfach wieder, wie sehr ich Controller hasse mit Shit Inputs. Ja, fick dich Game, fick dich. Es ist halt Baseline Impossible, das mit nem Pro Controller zu machen. Ich schwör. Es ist fucking Baseline Impossible. Ja, fick dich ToraTora. Machen wir Offscreen. Actually, ich hab jetzt keine Lust den scheiß Joypern anzustecken, weil man nicht in der Lage ist, einen gescheiten Controller zu designen. Aber das Spiel basically nicht playable ist mit fucking Analog Stick, weil Analog Stick eh immer noch die schlimmste Erfindung aller Zeiten ist. Äh, wo bin ich? Ach, ich muss ja in die Richtung passt schon. Ja. 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 So, ich hab nämlich nichts mehr gesehen, weil die Sonne meinte, hey, what up. Ja. Ich hab richtig água cool mit kontrautern Land und vermutlich nicht immer widerste drip-dinkt, ey, das viel wirklich geschieht haben. Wann hab ich heute angefangen? Ja, ich fange meistens so um vier an. Und dann meistens so bis acht, neun, je nachdem. Das ist so das Hauptding. Und eigentlich daily, außer mittwochs. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ich komme mit dein Jogu. Komm raus, komm raus. Warum kriege ich in dem Wasser Schaden? Zora, möchtest du bitte aus dem Wasser rauskommen? Danke. Oh Gott, ich sollte hier so nicht sein. Ich bin tot. Hey, ich bin noch mega tot. Uiuiui. Hey, Entwicklungsstufe hoch. Nice. Vielleicht giftig oder unter Strom? Wahrscheinlich. Ich bin hier auch komplett falsch. Ich muss ganz woanders hin. Weil ich stream, ich versuche eigentlich nicht zu streamen, weil ich Lust zum Schauen da habe. Ab und zu kommt das schon mal vorher, aber auch eher selten. Normalerweise versuche ich mich halbwegs anzuhalten zu halten. Äh, wo genau soll ich hin? Ach, auf die Wurzel da unten. Aha, und wie kommt man da nochmal hin? Weil hier ist keine Leiter. Ich meine, ich könnte hier einfach YOLO droppen, aber ich glaube nicht, dass das der Plan ist. Das hier ist zwar machbar, aber das tötet mich richtig. Ja, sag ich doch. Da hinten ist ein Weg. Bitte nicht Level 80 in meinem 10er-Gebiet. In Chronicles? Also im ersten Chronicles war das gar nicht so schlimm. Im zweiten ist es halt ridikuell. Das war, da läuft halt literally ein fucking Endgame-Mob rum. Wie kann ich hier runter? Beim 1er auch. Das Ding, was ich halt so crazy finde, ist, wie krass Level-Scaling halt wirklich deine Combat-Performance beeinflusst. Also besonders im 1er war es halt heftig. Ein Level hatte halt gefühlt so krass Unterschied gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie es hier war, aber vom 1er habe ich das halt noch super heftig in Erinnerung. Also hey, wenn irgendwas 5 Level über dir war, warst du halt basically Fratzer. Weil du hast das Ding halt nicht mal gehittet. Und wenn du nicht gehittet hast, hat dich dein dämliches Monado nicht aufgeladen und du warst vollkommen am Arsch. Besonders gegen, boah, wie hießen die? Dodge-Fächer? Tenebriath? Keine Ahnung. Die ganze Mechanik war einfach nur der größte Rotz in dem Spiel. Hey, du musst übrigens diesen Gegner hinten, der sich mehr Ausweich-Chance bufft. Und übrigens, du musst das dispellen. Aber wenn du das dispellen, musst du deinen Monado aufladen. Das heißt, du musst ihn hinten. Aber du kannst ihn nicht hinten, weil er sich ausweichend gebufft hat. Was, ne grandiose Mechanik. Also das ist das, was den 1er für mich kaputt gemacht hat. Bin ich ganz ehrlich. Ich mochte das Combat im 1er, aber das war Schwachsinn. Ich glaube, das gibt es im 2er nicht mehr. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Donban mit Aura-Heile und viel AG. Ja, aber das hilft dir da auch nicht. Nicht in den ersten Fights gegen die Viecher, wo du keine Ahnung von der Mechanik hast. Ich musste mit, literally, Melnia laufen, weil die es als Spiel hat. Jetzt schau mal hier, Rex. Du kannst nicht nur gehen und sagen, eine Frau, heavy. Oh, Rex-Rex, ein bisschen tactlos. Sorry about that. Ich glaube, ich war nur surprised. Nein, nein, es ist nicht deine Schuld. Oh, sie ist heavier als Tora, für sicher. Aber das bedeutet, Hira hat eine große Herausforderung. Es ist eine gute Sache. Hira sollte sich proud. Poppie, pull Pyra up. Please, grab again. Nice, Poppie. Poppie, artificial blade. This is no problem. Poppie could lift González if necessary. Na ja, nachdem wir jetzt geklärt haben, dass Pyra anscheinend 2000 Tonnen wiegt. Let's go. Hey, guck mal, die Viecher hier drin sind niedrigeres Level als die vor der Stadt. Blondes Pyra gerade rot geworden. Wegen, ähm, Poppies Kommentar. Rushdown. Why not? If the world won't bust. Okay, here we go. Steady. Your emotions are in tune, right? Descense protocol activated. First copy. Steady. Grill. Bah. Bah. Descense protocol activated. Ha. 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 Anchor shot. You don't stand a chance against us now. Yeah. No one can stop us now. Double spinning. Spinning. Ah, we're coming over. Hat Poppy kein Element? Oder musstest du das einstellen? I could have done this blindfolded. Ah, shit, das ist das falsche Menü. Äh, Poppy war Erde, oder? Ja. Äh, der... Ja, Poppy ist Erde. Oh, right. I remember this. Oh, und dafür brauchst du Äther-Kristalle und all so'n... So'n Stuff. Ja, ja, nicht genug Äther-Kristalle. Ich wollte gerade sagen, du kannst das Element auch ändern, oder? Oh boy, das ist... Das ist ein ganz anderes Ding. Yeah, 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 yeah. Das ist... Nicht jetzt. Nicht jetzt. Da setzen wir uns irgendwann mit auseinander, aber nicht jetzt. Holy shit. Äh, mein Ziel sollte eigentlich Dinge sein. Das wundert mich einfach nur, weil... Tora ist basically gerade... Nichts am Machen. Oh doch, jetzt Steinschlag. Let's see. Dafür bräuchte ich jetzt Feuer, okay. Okay. Damit wachten wir jetzt ein bisschen. So weit komme ich hier nicht mal. Also, ich spiele als ob ich im Endgame wäre. Ich glaube, das ist einfach mein großes Problem. Ich versuche hier viel zu weird ein Schritt. Warum kann ich ihn nicht pullen? Ah, jetzt geht's. Okay. Weird. Weird. Let's show them a thing or three. Oh no, you don't. They are an feasible team. Watch your butt. Let's keep this up. She's a super shot. Why not? Tora can do it. My power. Everyone is excited. Let's keep this up. We are so fast. Jetzt bräuchte Tora halt Level 3, was so schnell nicht passiert. Let's keep this up. so viel yeah why not versions combo huh one poppys form down holy shit good old poppy op ist shit hier geht's nicht weiter andere seite wofür haben wir da jetzt konzentration gebraucht ich weiß dass ich in die andere richtung gehen soll aber das interessiert mich gerade viel mehr sind zu viele gegner such woanders ja ist ja gut illusion of choice by the way poppy can feel there is a blade in the vicinity oh but how can poppy tell that unclear poppy feel other blade like wave in air i'm not sure i get it but maybe dromark is nearby let's try opening up some of these doors what could go wrong huh i didn't hurt anyone did i everyone check your eyebrows i'm sorry it's hard to judge the power sometimes pyra rex dromark it's good to see you alive it very good see master pon there was a blade here master titan and forgive me but who are they dromark we don't have much time do you know where is but of course we are in residence after all i feel her presence then let's go we can't let her get executed indeed this way lass mich raten jetzt kann ich die auch noch aufmachen ha ok anscheinend sind die alle dicht äh wo ist der schatz da schatz da ist kein zweiter mob mort mit ihr das krente 6 Ich dachte, dass ein zweiter Mob hier auf mich einschlägt. Ich will zuerst nichts aus meiner eigenen Meinung auf der freien Wellen. Beides bitter. Ich habe ganz vergessen, wie fucking broken Poppy Stupe 2 Dinger ist. Holy shit, man. Okay. 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 Jetzt sollten die Säure mähen. Die Kamera ist so gut in engen Räumen. Nicht. Come on, really. Okay. Der Dampf hat nicht gefehlt. Wirklich. Okay. 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 Ich habe einen anderen Weg, den ich nicht sehe. Wir können hier hoch. Oh, hi. Okay. 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 Ich weiß nicht, wie er ihn durch die Wand schlägt, aber hey. Was ist passiert? Almost done. Good. So. I guess ich muss die Dampfdinger hier unten ausschalten, ne? Let's show them a thing or three. Torra will try not to get under Retrexes' feet. And hit. Let's show them a thing or three. Torra hungry. We have nothing for them. Wende sind doch auch nur Deko. Was anderes behaupte ich, hat keine Ahnung. Behe 300. WTF? Torra can do it for yonder. preventer bender behaupte ich. Beheh. Our emotions aren't us? Beheh. 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 gotcha jetzt einfach respond oder was ja 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 Das ist der Zugang zu der Chester oben, okay, das heißt, das ist das, der Weg, ja. Das ist der Weg, ja, das ist der Weg, ja, das ist der Weg, ja. So. Poppy ist actually feature complete, indeed. Kerncristall. Nein, das haben wir jetzt nicht. Wie komme ich an das andere Dampfding hier unten? Ah, verschlossen? Ah, immer mal ein. Wir haben hier einen Gutschag gefunden. Oh, ich kann sagen, ne, hast du bitte mal Angroten, das wäre super. So, so. Ich sehe alles, finde ich gar nichts. Okay, time to take you down. Das ist krass, dann machen wir den von hinten. Außer natürlich die Laufnummer durch die Gegend, weil die das so gerne machen. Noch mehr Co-Cristals, ne? Cool. Natürlich checkt das nicht. Ähm, that's not good. That's not good. Okay, time to take you down. Tor are hungry, I'm coming for them. No, you fight Poppy. What is their name? Yeah, it's all okay. Poppy will protect me now. Thanks Poppy. Go on for the bigger shot. Why not? Be here. Yes, that's not fair. Be here. Steady. Be here. Die enemies sind like all over the place. What the fuck is he doing? Ich treff dich auch da unten, du Sack. Be here. Be here. Be here. Be here. Be here. Be here. So, wir haben irgendwie alles gepult und ihr habt einfach hier alles zerlegt, ja? Cool. Okay, time to take you down. We can do this together. Okay, time to take you down. Tora ist einfach so ein Hardcore Tank. Tora ist einfach so ein Hardcore Tank. Sachen. Das machen wir unseren Zweier. Warum muss der die ganze Zeit durch die Gegend laufen wie so ein scheißvollidiot, ey? Wie viele noch, Seelie? Natürlich droppt der nur eine Capture, willst du mich verarschen? Sonst noch wer? Ich glaub nicht. Äh, hier lang. Da ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. See ya. Stupid. Wirklich, zwei Viecher die ich verhalten muss, ist ja der Wahnsinn. Ich zieh erstmal den Elber aus dem Weg nehmen, ja. Wenn ich nicht immer verfehlen würde, ne? Zwei. 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 Das ist der dritte Hötter. Ich sehe schon wieder nichts. Das ist der dritte Hötter. Ich sehe schon wieder nein, ich sehe schon wieder anfangen, ich sehe schon wieder zu einem Schluck. Das ist der dritte Hötter. Das ist der dritte Hötter. These Jet'me, die ich noch nicht erinnere. Ah, das ist der Falsche, das hier ist der Richtige. Äh, okay. Warum kann ich ihn grad nicht aufheben? Ach, weil die Tasten im Banana legen. Cool. Hier ist schon kein Platz in diesem Gang. Aber irgendwie schaffen wir es, die Heilkugeln immer noch so zu fallen, dass die nicht auf mich drauf fallen. Das don't understand. I can't see shit. Wo ist mein Resonanz? Da ist mein Resonanz. Almost done. Holy shit. Jin? Du bist okay, Nia? Rex, du... Meine Frau, Entschuldigung für mein späterer Rival. Don't mention it. Ich glaube, dass jemand jemand kommt. Als ob wir dich verlassen würden. Immer helfen diejenigen, die dir helfen. Das ist die zweite Runde des Salvages Code. Well, das ist... Sie sind alle, nicht wahr? Rex, Rex! Tora hat eine Räte gefunden. Hurry, hurry! Anoppon? Er hat eine gewisse Unterstützung. Wir haben einen neuen Freund. Schön, dich zu treffen. Ich glaube, wir haben uns hier verletzt. Es ist Zeit, um zu gehen.